Wenn Sie zur Verbrechensbekämpfung rufen, wissen Sie. Und wenn Ihre Situation lebensbedrohlich ist, ein Verdacht auf Herzinfarkt besteht oder ein Höhenflug abrupt endet, dann ist die Rettung immer für Sie da. Was aber, wenn es nicht um Leben und Tod geht? Wenn man sich schlecht fühlt, aber nicht darauf warten kann, bis der Hausarzt wieder Ordination hat. Deshalb gleich zur Spitalsambulanz? Muss auch nicht sein. Wählen Sie einfach 1450, die Gesundheitshotline. Hier bekommen Sie rasche und kompetente Hilfe. Rund um die Uhr. Egal, ob man durch einen grippalen Infekt ans Bett gefesselt ist, aufgrund eines Magen-Darm-Virus mehr Zeit im Badezimmer braucht als vor einem Date, man vor lauter Migräne am liebsten den Kopf in den Sand stecken würde oder wegen einer Prellung Sport nur mehr vom Sofa aus genießen kann. 1450 ist für Sie da. Wenn man aufgrund einer Mittelohrentzündung die nächtlichen Technopartys des Nachbarn nicht mehr hören kann, wählen Sie 1450. Und wenn statt Sommersprossen plötzlich ein Ausschlag ihr Gesicht ziert, auch dann wählen Sie 1450, Ihre Gesundheitshotline. Musik 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 Musik